Herzlich willkommen zu einer astrologischen Vorschau für den Oktober. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir zu Hause war. Gestern war in Linz ein wunderschöner Vollmond zu sehen. Ich habe den fotografiert und möchte dich da teilhaben lassen. Also wenn du nicht aus Linz bist, das ist das Lentos. Das Schiff ist ein Reiseschiff, also das ist jetzt nicht Lentz-based unbedingt. Aber wie gesagt, man sieht hier das Lentos, die Galerie und darüber den schönen Vollmond. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, mal das ganze Monat Oktober mal für dich zu beleuchten. Und mir ist es einfach wichtig, auch bei dieser Vorschau, auch deine individuellen Energien ein bisschen hervorzukehren. Wie etwas wirkt, ist natürlich in so einer Vorschau immer schwierig. Aber das sind so mondane Grundtendenzen. Und da lade ich dich dazu ein, dass wir uns das anschauen, denn es ist im Oktober einiges los. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an mein Video, wo ich gesagt habe, volle Energie, kraftvoll, also wo viel Power, wo viel in Bewegung gekommen ist. Und wir sehen jetzt dann im Oktober, dass sich diese Tendenzen auch durchaus so weiter fortsetzen, kann man sagen. Wir haben definitiv einmal gleich zu Beginn im Oktober ein Sextil zwischen der Venus und dem Mars. Die Venus im Löwen und der Mars in der Waage. Und das macht natürlich schon gewisse Flirt-Tendenzen auf. Das heißt, es kann sein, dass du offener bist für Flirts oder auch dich was noch romantischen Sehens, da auch ein bisschen so eine gewisse Anziehungskraft herrscht. Ob du jetzt in einer fixen Partnerschaft bist oder natürlich auch jemanden neu kennenlernen möchtest, ist das, denke ich, eine ganz gute Zeit, sich da auch ein bisschen drauf zu konzentrieren. Das ist ja auch so dieser Flirt Venus-Mars. Die Venus steht gerade im Löwen, also in dieser Flirt, in dieser Paarungsenergie natürlich auch, in dieser Eigenwertenergie. Das kann auch sein, dass du dich in dir ganz wohl fühlst. Und das noch mit dem Mars zusammen in diesem Sextil, der ja in der Waage steht, das heißt im Kontaktzeichen. Da nimmt man vielleicht auch den Mut zusammen und spricht einmal jemanden an. Hey, gehen wir mal was trinken oder machen wir mal was gemeinsam. Also das ist durchaus eine gute Zeit, um so etwas anzugehen. Im Innerlichen sind das auch die Energien männlich-weiblich. Das heißt, wenn die in einem guten Verhältnis zueinander stehen, heißt das auch für dich, du kannst natürlich auch aus deinem Gefühl raus, aus deiner Wohlfühlzone raus handeln. Und kannst da vielleicht auch was klären oder auch was weiterbringen, so von Projekten her. Nämlich, wie gesagt, partnerschaftlich, beziehungsmäßig, das wäre da eine ganz, ganz gute Energie dazu. Was wir auch noch dabei haben, ist ein Trigon und zwar zwischen Uranus und Merkur. Und wir müssen jetzt dazu sagen, der Merkur ist auch so ein persönlicher Planet. Und der steht gleich zu Beginn Oktober sehr unter dem Einfluss von den Langsamläufern. Und zwar haben wir ein Trigon zu Uranus, eine Opposition zu Neptun und ein Trigon zu Pluto da. Also auf dem Merkur drauf. Und der Merkur selber steht ja zur Zeit in der Jungfrau. Das wären halt realistische Gedanken, realistische, eher nüchterne, Alltagsgedanken, geerdete Gedanken haben. Und da strahlen jetzt eben diese drei Langsamläufer drauf. Und das würde dann schon bedeuten, dass es da einigen, ja, dass der gut durchgewirbelt wird. Also alleine das Trigon zu Uranus, Uranus wirbelt ja gerade den Stier herum, würde vielleicht auch zu geschickten Geschäftsideen führen. Das würde vielleicht dazu führen, dass du manches umstellst bei dir, auch in deinem Arbeitsumfeld. Dass du da vielleicht auch neue Gedanken reinkriegst, was das, was deine Erwerbstätigkeit angeht, was deinen Lebensalltag angeht. Also das ist gerade sehr gut bestrahlt, ja, also dass da was Neues reinkommt. Auch, wo ich sage, materiell neue Chancen, die sich da ergeben können. Und natürlich auch was, wo ich sage, okay, vielleicht wandle ich auch was, was jetzt mehr zu mir passt. Vielleicht hast du das Gefühl, du steckst irgendwo fest, dass nicht wirklich deins ist, was nicht wirklich dir entspricht. Dann ist dieser Uranus-Einfluss, dieses Trigon da recht gut auf den Merkur drauf, da auch was in die Bewegung zu bringen, etwas zum Positiven zu verändern. Die Opposition zu Neptun ist natürlich, das kann auch immer so dieses Schwammige sein. Also wir hätten eine große Aufbruchsenergie mit dem Trigon aus den Erdzeichen, aber der Neptun in der Opposition weicht das alles noch ein bisschen ein, macht vielleicht noch Dinge etwas schwammig. Beziehungsweise kann es auch sein, dass du selber in deiner Funktion, in deinem körperlichen Geschwächt bist. Das beginnt ja Erkältungszeit auch wieder. Oder vielleicht liegst du ja mal und vielleicht fallen dir dann da neue Ideen ein. Kriegst du neue Impulse, wie du etwas lösen kannst, wie du etwas regeln kannst, aber das auch ein bisschen so in Ruhe. Also das kann durchaus auch eher so ein bisschen eine Einschränkung bedeuten. Und das Trigon zu Pluto heißt, eigentlich transformiere alles in deinem Umfeld, was jetzt nicht hundertprozentig zu dir passt. Du hast eine gute Energie, eine gute Stirb- und Werdeenergie quasi, die Transformation, wo du auch darauf achten kannst, was passt denn in mir selber, in meiner Selbstdarstellung, was passt denn da zu mir, was passt nicht zu mir. Wie möchte ich mich denn darstellen? Da kann man das ja ganz klar prüfen. Wie möchte ich denn gesehen werden? Und was tue ich dafür, um so gesehen zu werden? Beziehungsweise was widerspricht denn dann diesem Bild von mir? Also da ist dieser Merkur, der ja auch für Kommunikation, Gedanken und auch die Selbstdarstellung steht, ist da sehr von diesen Schicksalsplaneten unter, sagen wir mal, Beschuss. Das klingt jetzt so negativ, aber er ist auf jeden Fall stark beeinflusst. Was wir auch noch haben, also was sich dann ergibt, ist die liebe Venus, die hat noch ein Quadrat zu Uranus. Und der Uranus, ja, da ist eben so dieser Spannungsaspekt zwischen Löwe und Stier. Also der Uranus steht ja im Stier drinnen und die Venus noch im Löwen. Und da ist eben auch noch einmal so ein bisschen diese Gefahr, sich nicht zu sehr hinreißen zu lassen, nicht zu sehr zu flirten. Es kann natürlich auch eine gewisse Frustration geben, dass ich sage, okay, ich komme mit meinen materiellen Wünschen nicht zusammen, ich komme auch mit meiner Materie nicht zusammen, da wandelt sich etwas. Also da würde ich auf jeden Fall auch ein bisschen drauf schauen, dass ich eben auch einen klaren, guten Zugang zu den Finanzen habe, immer unterscheide, was ist ein Wunsch, also was wünsche ich mir jetzt finanziell und was ist wirklich ein Bedürfnis, also was brauchst du wirklich auf gut Deutsch und was ist eigentlich nur so eine Vorstellung. Also das sind so Energien, die da zu Beginn des Oktober gleich sehr stark einwirken. Und spannend wird es dann so ab dem 2. Oktober bis ca. dem 15. Oktober und da haben wir eine Konstellation, die durchaus Eskalationspotenzial in sich trägt, nämlich Mars hat ein Quadrat zu Pluto. Das heißt, der Mars in der Waage hat ein Quadrat zum Pluto in Steinbock. Und das ist immer so eine, also das ist immer so eine, so eine, auf der einen Seite Konstellation für unglaublich viel Kraft, also da kann ich sehr fleißig sein, da kann ich viel, viel weiterbringen auch. Aber im Quadratabstand birgt das auch eine Frustration und eben ein gewisses Konflikt und Gewaltpotenzial auch mit, schwingt da mit. Und da sollten wir uns bewusst sein, dass das sehr geladen ist. Also diese erste Hälfte Oktober ist da energetisch wahnsinnig geladen, da kann viel kraftvoll Positives passieren, aber man soll sich nicht in Rechthabereien, in Streitigkeiten da rein versteifen, weil das ist eine Zeit, wo sowas dann leichter eskalieren kann und dann auch bis zur Gewalt gehen kann. Und ich komme dann nachher noch zu einer Konstellation, was für natürlich Kriegsgeschehen auch nicht die idealsten Voraussetzungen sind. Aber da schauen wir dann gleich noch dazu. Ja, was bekommen wir noch? Wir bekommen eine Venus-Opposition zum Saturn und zwar ab dem 6.10. Also dieses flirtende, venusische, kommt dann eine Opposition zu Saturn und der Saturn steht ja gerade auch rückläufig im Fisch und der macht eben eine Opposition zur Venus hin. Und das kann etwas sein durch diese Rückläufigkeit, könnte ich mir vorstellen, dass da Themen eventuell mit Verblichenen aufpoppen, also mit Ex-Partnern vielleicht aufpoppen, wo es aber auch sein kann, dass Ziele schwerer zu fassen sind. Also wir haben auf der einen Seite wahnsinnig viel Kraft und Energie, auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen so ein Festhalten, Feststecken in gewissen Dynamiken drinnen, wo es oft schwierig ist, dann wirklich durchstarten zu können. Und diese eben Saturn-Opposition zur Venus mahnt uns auch wieder zur Struktur, zur inneren Struktur. Und gerade aus dem Fischen, wo es ja auch um die Träume geht, um den Liebestraum geht, wo es wirklich darum geht, schließ Dinge klar ab, strukturiere dich gleich, klar sei nicht zu offen womöglich oder verlauf dich da in irgendwelche Themen rein. Also das ist da durchaus eine Möglichkeit, die dir da begegnen kann. Ab dem, ja, also ich habe ja schon gesagt, Mars-Pluto-Quadrat, da haben wir eben diese hohe Energie. Und ab dem 8.10. kommt dann Mond-Pluto auch noch dazu. Der Mond läuft ja relativ schnell mit einer Opposition. Und da muss man dann auch noch einmal dazu sagen, also da wird das Ganze noch einmal, da spürt man es dann auch in sich emotional mehr aufsteigen. Also das wühlt dann mehr auf, weil wenn ich eben dieses Quadrat habe, Plus, also Mars-Pluto, und das kommt noch einmal auf den Mond hin, das kann eben so einen Druck auslösen. Also so um den 8. Oktober hin einfach einmal ein bisschen durchschnaufen, nicht gleich genervt sein, nicht gleich die Eskalation suchen, nicht gleich wahnsinnig nachtragend sein oder längerfristige Konsequenzen daraus ziehen. Also da kann es eben wirklich dazu kommen, dass das einfach, ja, dass man das mehr spürt, dass das mehr aufsteigt und dann auch noch mehr Frustrationspotenzial bietet. Am 7.10. oder, ja, ab 7.10. kommt dann auch noch der Mars ins Trigon zu Saturn. Also du siehst schon, also diese persönlichen Planeten sind durchaus bestrahlt, so im Oktober, pardon. Und dieses Trigon zu Saturn, also Mars steht in der Waage, Saturn in Fische, das begleitet uns bis 19.10. und das wäre wieder eine gute Energie, auch noch einmal Klarheit zu schaffen, inspiriert zu werden und auch inspirierte Handlungen umzusetzen. Also es ist schon eine aktive Energie. Es ist auch, denke ich, so ein bisschen der Impuls, rauszugehen und dich zu öffnen, anderen gegenüber zu öffnen. Ob das jetzt Geschäftsbeziehungen sind, ob das romantische Beziehungen sind, da soll schon ein bisschen die Energie auch nach draußen gehen. Also das, denke ich, ist da schon ganz klar so die Botschaft auch. Am 14.10. haben wir dann einen schönen Neumond, da mache ich hier ein extra Video drüber. Naja, und was haben wir noch drauf? Wir haben dann ab dem 17.10. eine Venus, Trigon, Jupiter. Also da wird es dann wieder so glückerfüllter, da geht es dann wieder ein bisschen bergauf. Wobei ich sagen muss, also da kommt dann noch was dazu ab dem 21.10. Und zwar eine Opposition Mars-Jupiter. Also da, und der Mars steht dann im Skorpion, der Jupiter im Stier. Und das wäre für mich so Übertreibungsenergie. Und zusammen mit Venus-Jupiter, was ich ja durchaus positiv erst einmal werten würde. Also was ich zuerst einmal, es ist glücks, es ist vergrößernd, das sind angenehme Gefühle. Aber in dieser Übertreibung plus eben diesem Mars und diesem Mars gegenüber zum Jupiter, bildet das eben so eine Konstellation, wo ich mir denke, das ist eben wieder so ein bisschen vom Kriegsgeschehen her. Also so um den 21.10. Einfach mal beobachten, was sich da tut. Das ist einfach was, wo ich sage, da können Konflikte auftauchen. Da neigt man zu Übertreibungen. Da kann sich auch etwas vergrößern, etwas eventuell auch eher eskalieren. Also das müssen wir uns anschauen, weil wir ja natürlich eben da ein bisschen diese Anspannungen drinnen haben. Im Positiven zu nutzen wäre das natürlich, wenn ich nur mal sage, also vor was muss man aufpassen, bitte übertreib nicht, übertreibe einfach nicht in dieser Zeit. Die Füße am Boden lassen, nicht alles gleich so vergrößern und womöglich zu viele Ausgaben haben oder etwas zu genusssüchtig sehen. Also da einfach mit beiden Beinen ein bisschen am Boden bleiben, das wäre da denke ich ein guter Tipp. Ja, wir haben dann auch noch vom 16.10. bis 26.10. und das verschärft mir eben noch einmal so diese Konflikte, Kriegspotenziale, ein Quadrat, Sonne zu Pluto. Also zehn Tage haben wir da ein Quadrat drauf und das ist ja noch einmal so diese Transformation. Und die Sonne steht ja auch im Skorpion in diesem Transformationszeichen dann drinnen. Und wenn man sich das einmal so vorstellt, wir haben da quasi doppelte Transformation auf der Sonne. Das ist natürlich auch für alle Skorpion-Geborenen, die jetzt so Anfang, also plötzlich Anfang Oktober, sorry, Ende Oktober so geboren sind, die haben natürlich eine schöne Transformation in der Zeit dann drauf. Also auch eben vom Lebenswandel her, von dem, was man, wie man lebt, wie die Lebensenergie sich ausdrückt. Also da ist noch einmal so ein Quadrat da drauf und das ist für mich noch einmal, ja, durchaus auf der einen Seite eine Chance, Dinge positiv zu ändern, eine positive Häutung durchzuführen, also eine Transformation. Wo kannst du dich transformieren in deinen Gedanken, in deinen fixen Vorstellungen? Also anschauen wir mal so Ende Oktober, okay, was bilde ich mir denn fix ein beziehungsweise wo habe ich mir womöglich noch zu wenig Gedanken gemacht oder mich zu wenig auf gewisse Dinge auch versteift. Und da ist eben auch noch einmal so ein Konfliktpotenzial, was durchaus eben, wie gesagt, also bei kriegerischen Auseinandersetzungen oft schwierig sein kann beziehungsweise eben eine Einschränkung der Lebensenergie, der Lebensqualität bedeuten kann. Muss es aber nicht. Also das ist jetzt noch einmal ganz klar zu sagen. Ja. Ja, wir haben dann eben, wie gesagt, eine sehr, eine sehr energetische Zeit. Wir haben dann in dieser Zeit dann auch so um Ende Oktober rum noch einmal eine Sonne-Mars-Konjunktion auch drauf und Opposition Jupiter. Das heißt, es wäre eigentlich wirklich wahnsinnig viel Kraft und Energie. Also ich bin gespannt, was du da spürst, auch Ende Oktober, weil das ist wirklich dann so, also da ist wirklich Lebensenergie, so kurz ziemlich geladen alles. und da schauen wir mal, was wir da erleben werden. Also also Ende Oktober wird sicher so eine spannende Zeit werden, wo vielleicht auch wirklich Dinge aufbrechen und sich ergeben können, so Ereignisse, wo man sagt, okay, das hat langfristigere Folgen. Weil der Pluto will ja eine langfristige Transformation. Der ist ja nicht so, dass der sagt, boah, ich will da jetzt schnell was erledigt haben, sondern der Pluto will ja dann was schaffen, auch was dann länger wehrt. Also das schauen wir uns dann mal an, wie da die Energien so spielen. Ja, also mein Tipp zusammengefasst für den Oktober, viel, viel Flirtenergie, viel Ideen, die da kommen können. Ein bisschen aufpassen, durch diesen belasteten Merkur würde ich einfach bei Reisen, würde ich ein bisschen schauen, im Straßenverkehr nicht zu sehr zu hudeln, auch bei Sport. Einfach ein bisschen aufpassen, dass da keinen, dass da kein Unfall passiert oder dass da eben so, ja, nicht irgendwo aus Unachtsamkeit, dass man mal auf der Nase liegt. Und natürlich auch deeskalierend wirken, wenn Konflikte sind. Also da nicht stur schalten, sondern eher einen Schritt zurück durchschnaufen. Und dann einmal schauen, was du mit dieser ganzen Power und dieser ganzen Energie, die da schon, ja, eine gewisse, eine gewisse Kraft, eine gewisse Lebendigkeit von dir fordert, die dann wirklich so auf dich einwirkt, jetzt von der mundanen Geschichte her. Wenn du Interesse daran hast, das persönlich dir anzuschauen, wie die Konstellationen auf dich wirken, dann buch dir gerne mal einen persönlichen Termin bei mir auf meiner Homepage. Adresse steht irgendwo da herunten. und ich hoffe, du hast eine gute Zeit, einen guten, ja, Herbstanfang war ja schon, aber trotzdem einen guten Start in den Oktober rein. Ich wünsche dir aus dem, aus dem wunderschönen Linz alles Gute und schreib mir gerne in die Kommentare, was sich bei dir so tut. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.